Was ist Das Game? Jetzt, man. Man что, man. Hele体оваронasten. Searching. Es geht nur auf askedn conhecer Freak'isch. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Freakish. Heute bringen wir mal Ibiza nach Zürich, nämlich die Blue Marlin Party ist hier im Alice Jew. Und dafür braucht es natürlich die passenden DJs und die richtigen Leute. Und zu denen gehen wir jetzt. Wir waren für euch an der ersten Blue Marlin Ibiza Party des neuen Jahres in Alice Jew. Doch in der heutigen Sendung verbreiten wir nicht nur heiße Inselgefühle, sondern haben für euch zwei US-Hip-Hop-Stars im Gepäck. The Game und Tiger mit exklusiven Ausschnitten ihrer Club-Shows. Wie findest du denn heute? Ja, super. Tolle Leute, gute Atmosphäre, gute Musik, gute Drinks. Selina, nice to meet you. How are you? I'm very good. I'm happy to be here at Alice Jew. So, very excited for tonight. So, what is for you important for a very good party? Well, uh, ooh, of course the music is the most important. And, uh, yeah, the vibe, the people, they, they have to be excited and, you know, but it's part of the music actually. So, I just have to put on some great tracks and music and so the people dance and they, they get the feeling, you know, so I think that makes a good party. Beside your DJ, your passion to DJing, you're also a model. What do you prefer? Oh, it's difficult because I'm modeling since, uh, 13, 14 years now. So, I'm actually a little bit used to it, you know, so I cannot live without modeling. But, of course, uh, the DJing is my, my main priority and, and I really want to play everywhere. And, but I love to model as well because it's, it's a part of me also. Yeah, she said, I gotta fucking feel it down over here. Fresh like, uh, Impala, uh, chrome hydraulics, 808 drums. You don't want none, better run. When beef is on, I pop that drum, come get some. You want to see what I'm doing? Come on, hey! Once this red, ready, here, come, come the, uh, drink, sell me in the song. Selling that one hand on my, I was selling to Master P. Was saying? Also, währenddem ich jetzt auf mein Getränk warte, überlege ich, wo ich als nächstes abwehren könnte. Und da fällt mir jetzt gerade ein, wir könnten zu unseren Partytipps. Die legendäre Party-Reihe Black Mozart feiert ihren einjährigen Geburtstag. Sei dabei, wenn der Zürcher Club Alice True am Freitag, 5. Februar, seine Pforten für die Party-Mäute öffnet und alle herzlich zum Mitfeiern einlädt. Das Zürifest ist das größte Stadtfest von Zürich, das alle drei Jahre am 1. Juli-Wochenende stattfindet. Bald ist es wieder soweit und die Stadt verwandelt sich in eine Party-Oase. Vom 1. bis 3. Juli könnt ihr mit Zürich mitfeiern. 145.000 Besucher strömten letztes Jahr ans Balaton Sound Festival in Ungarn. Und auch dieses Jahr werden die Besucher mit einem grandiosen Line-Up verwöhnt. Armin van Buren, Fritz Kalkbrenner, Lost Frequencies und viele mehr heizen den Plattensee so richtig ein. Informiert euch unter balatonsound.at Das Tomorrowland in Belgien darf man sich nicht entgehen lassen. Beim letzten Mal waren die Tickets nach wenigen Stunden ausverkauft. Informiert euch unter tomorrowland.com und seid dabei. Sunday, February 7th, 2016 at Complex 457. Swiss Nightlife Award presents Black Coffee. Dejan, Rito Ardua, Ronald Graal. Get your Tickets now on SwissNightlifeAward.com slash Tickets. Im Oktober 2015 veröffentlichte The Games ein elftes Studio-Ageist. Album und hat dem Alice Choo während seiner Clubtour einen Besuch abgestattet. Eine solch intime Location ist eine Rarität in seinem Terminkalender. Die Clubtour einen Besuch abgestattet. Sie haben uns auch sehr gut. Wie lief der Clubt, Alice Choo? Der Clubt ist toll. Sie sieht ein Film in da. Ich fühlte mich wie Tom Cruise oder so, Brad Pitt. Wie würdest du dein neues Album, The Documentary 2? Ich denke, all meine Albums sind fantastisch. Ich liebe Switzerland, besonders Zürich. Meine Fans in Switzerland sind super. Und du weißt, was ich die meisten liebe? Es schnauert auf dich. Ja. Was denkst du über die Zwischen Leute? Hast du irgendwelche preconceptions? Die Zwischen Leute sind fantastisch. Die Frauen sind fantastisch. Die Frauen sind fantastisch. Ich bin auch ein paar Mal mit mir. Danke. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Der 26-jährige Rapper und Streetwear Designer Tiger verdankt seinen Durchbruch dem allbekannten Track Rack City. Unser Mikrofon gab leider den Geist auf. Doch kein Grund nicht mit Tiger abzudancen. Untertitelung im Auftrag des WDR 2021 Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Was die da hinten kann, das können wir auch und das zeigen wir euch jetzt bei unserem Soundcheck. BreakBot, eigentlich Thibaut Berlan, ist in seiner Nation ein gefeierter DJ. In Get Lost mischt er den Soul Vocal unter eine frische Melodie, zu der es sich ausgezeichnet tanzen lässt. Untertitelung. BR 2018 Also neben mir der Clubmanager und der Besitzer von Alice Juh, was gibt es als nächstes? Nächste Projekte von Alice Juh, was erwartet uns? Wir haben viele spannende Weekends vor uns, total abwechslungsreich. Zwischen Ibiza und New York ist alles etwas dabei. Also bei so einer Party, da kann man richtig gut vom stressigen Alltag wegkommen. Aber wo man auch sehr gut abschalten kann, das ist im Kino. Deshalb gehen wir jetzt zu unserem Kino-Tipp. Hi, wir ziehen gerade ein. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Kino-Tipp. Ein Mix aus Action, Horror und Comedy. Der Film Gänsehaut sorgt buchstäblich für Gänsehaut. Sie ist in dem Haus eingesperrt und ihr Vater ist ein Psychopath. Hat sie einen Freund? Das sind Manuskripte für die Gänsehautbücher. Arnest, ein ansonderbarer Autor, der bekannt ist für seine Gänsehaut-Romane, die sich erfolgreich verkaufen. Er hat ein dunkles Geheimnis, nämlich, dass die fantasievollen Geschöpfe real sind. Er hält sie unter Schach, indem er sie zwischen zwei Buchdeckel einsperrt. Und sein neuer Nachbar, Zack Cooper, der gefallen hat an der Tochter des Autoren, geht der Sache auf die Spur. Versehentlich sorgt er für einen riesen Chaos. Ob sich trotz den Umständen eine Liebesgeschichte entwickeln kann und ob auch alle heil davon kommen, da steht alles noch offen. Auf jeden Fall, wer in eine abenteuerliche Fantasiewelt eintauchen möchte, der sollte den Film auf keinen Fall verpassen. Ich wünsche euch viel Spaß im Kino und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Komm schon, Angsthase. Das war die Special-Sendung aus dem Alice Chu, das sich von seiner urbanen Seite gezeigt hat. Wir sind gespannt, auf welche Acts wir uns in diesem Jahr freuen dürfen.